Ich habe jetzt gerade noch einen Hinweis in der Regie bekommen, also der nächste Vortrag, das ist eine Aufzeichnung, die ist aus dem letzten Jahr, von Thomas Skowron, also Tribute an Thomas Skowron. Aber Michael Reichert ist hier heute und wird Fragen dann auch rund um OpenStreetMap beantworten und damit habe ich eine schöne Überleitung. Michael, willkommen. Ist auch lange schon bei der OSM und Foskes mit dabei und sehr aktiv und wie ich schon erwähnt habe, diese Session, da geht es um die Grundlagen und wir haben jetzt was über Foskes gehört, wir haben was über die OTC APIs gehört, wie die mit Open Source Software und OSM Daten zusammenwirken und genau, jetzt hören wir einen Vortrag zu OSM, nochmal für alle, die etwas später gekommen sind. Der Vortrag ist von Thomas Skowron, aber Michael Reichert ist hier, um alle Fragen rund um OpenStreetMap zu beantworten. Hallo, herzlich willkommen zur Einführung in OpenStreetMap. Mein Name ist Thomas Skowron. OpenStreetMap ist ein weltweites Kollaborationsprojekt, um Geodaten zu sammeln. Es ist 2004 entstanden, als Steve Coase, ein Physikstillend aus London, eine kleine Karte machen wollte und die britische Landesvermessungsbehörde einen astronomischen Betrag aufrief, um ein kleines Stück Daten ihm rauszurücken. Und das hat er ihn ziemlich genervt und er beschloss dann einfach, Dinge selbst in die Hand zu nehmen und fing an einfach mit einem Gewehrsempfänger und einem Notebook selbst Straßen in London zu erfassen. Und in den nächsten Jahren erzählte er allen, denen er begegnet ist, dass sie es ihm nachmachen sollen. Und am Anfang existierte relativ wenig, aber das nahm dann ziemlich schnell im Moment auf. Ich glaube, in zwei Jahren gab es schon 5000 Nutzer und heute haben wir über 5 Millionen. Dieses Jahr ist der 100-millionste Änderungssatz hochgeladen worden. Und die Vielfalt von OpenStreetMap, die ist ganz schön gewachsen. Am Anfang war es eben nur Straßen, deshalb auch OpenStreetMap. Bei dem Namen sind wir geblieben. Aber es sind sehr, sehr viele Dinge dazugekommen, die ebenfalls sehr nützlich sind. Zum Beispiel Landnutzung, Gebäudegrundrisse, ÖPNV-Netze, Hundekotbeutelspender. Alles Mögliche, was es gibt, gehört auch irgendwie zur OpenStreetMap. Es ist etwas eine Sammlung der Nischen. Jeder, der irgendwie ein besonderes Interesse hat, kann eben die Daten hinzufügen und sich dann eben eine Karte bauen, die diese Daten dann für andere auch darstellt. Und das hat sich eben ein komplettes Ökosystem gebildet von Dingen, die eben all solche Applikationen ermöglichen. Statische Karten, dynamische Karten, Geocoding, Navigation, Routing aller Art für allerspezialste Interessen. Da, wo es im kompetenziellen Bereich vielleicht gar keine Angebote gibt, da ranken sich plötzlich ganz viele verschiedene OpenSource-Lösungen. Und der große Vorteil ist, man kann eben die Daten auch immer reparieren. Das ist eben nicht so wie früher, dass man eben einen Datensatz bekommt und dann eben damit klarkommen muss, wenn da irgendwelche Fehler drin sind, sondern man kann einfach selbst Fehler melden oder selbst Fehler beheben, was auch eben ein großer Vorteil ist bei der Entbindungsentwicklung. Das total Tolle daran ist, jeder kann sich alle Daten runterladen. Das heißt, jeder kann auch mit den Daten kreativ werden oder sie eben im eigenen Projekt nutzbar machen. Durch die freie Lizenz machen wir da auch relativ wenig Einschränkungen, was damit möglich ist. Wir sehen, dass viele Leute im privaten und auch im öffentlichen Sektor extrem viel Nutzen daraus schlagen können, dass sie OpenStreet mit einbinden. Und man kann nicht nur den kompletten Planeten runterladen, sondern auch kleine Ausschnitte, wir nennen sie Extrakte. Die können geografischer Art sein, manche bieten auch thematische Extrakte an. Und man kann dann eben mit gängiger Software diese dann verarbeiten und irgendwas Tolles damit anfangen. Es gibt eine internationale Community, es gibt sehr viele verschiedenste Strömungen. Und damit wir das so ein bisschen sortieren können, haben wir die jährliche State-of-the-Map-Konferenz, die es global Menschen ermöglicht, sich zu treffen und auszutauschen, Vorträge zu halten oder dem zuzuhören und sich mal von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Es gibt aber auch dezentrale Veranstaltungen, kleine lokalere oder nationalere State-of-the-Maps-Konferenzen. Und die ermöglichen dann vielleicht im kleineren Rahmen oder im lokaleren Rahmen über Tagging zu diskutieren. Wichtige andere Bestandteile der Community sind sogenannte Mapping-Partys, bei denen Anfänger und Fortgeschrittene und totale Experten zusammen sich setzen oder zusammen loslaufen und eben bestimmte kleine geografische Bereiche oder eben thematische Bereiche beackern und dann kartografieren. Dann kann man dann eben ganz toll Wissen austauschen und schauen, wie machen es andere, was haben andere Leute für Tools. Und so schaffen wir es auch eben, das Wissen in die Community zu streuen und eben nachhaltig zu kartografieren. Außerdem ist ein tolles Veranstaltungskonzept das Hacking Weekend, was in verschiedensten Städten stattfindet, mehr oder weniger regelmäßig, bei dem dann eben Entwickler der verschiedensten Werkzeuge sich zusammensetzen und mal für ein Wochenende an irgendwelchen Projekten arbeiten und vorankommen und auch da sich eben austauschen können und schauen können, was die anderen machen und was es so für die neuesten Tricks und Kniffe gibt, was politisch gerade so abgeht. Oder man trinkt einfach gemeinsam einen Kaffee. Aus Verwaltungssicht gibt es die OpenStreetMap Foundation, eine britische Company, die sich darum kümmert, dass OpenStreetMap bestehen bleibt und sich weiterentwickelt. Es gibt ein paar Bestrebungen, die OpenStreetMap Foundation etwas auszubauen, aber es ist im Prinzip so diese Dachform, die es ermöglicht, dass es eine legale Entität gibt, die sich halt um Dinge kümmert und die vielleicht irgendwie so ein paar Prozesse managt. Und dann gibt es die Local Chapters, das sind die lokalen Vereinigungen von OpenStreetMap, überall auf der Welt verteilt. Das ist noch relativ jung, das System. Es kommen immer mehr Länder dazu. In Deutschland ist der Foscus e.V. für OpenStreetMap Deutschland mitverantwortlich, sodass wir da Ansprechpartner haben, um Dinge zum Beispiel wie die OpenStreetMap Foundation reinzubringen oder um zum Beispiel Förderprojekte zu finanzieren oder eben bei solchen Konferenzen wie dieser dabei zu sein. Die technischen Möglichkeiten beim Mappen haben sich natürlich massiv weiterentwickelt. Am Anfang muss natürlich fast jeder ein GPS-Gerät dabei haben, um irgendwie sinnvoll beitragen zu können, was damals noch etwas rarer war. Heute haben wir solche Geräte ja zum Glück entweder in der Hosentasche oder am Handgelenk. Und es geht aber auch heutzutage noch viel, viel mehr, denn wir haben kommerzielle Satellitenbilder, die uns zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, viele Dinge können einfach direkt vom Luftbild abgepaust werden. Es gibt aber auch viele andere hochtechnische Möglichkeiten. Zum Beispiel haben wir seit ein paar Jahren die Möglichkeit, Streetview-artige Daten zu erfassen und die dann fürs Mappen zu nutzen. Oder es gibt auch Nutzer, die mit LIDAR losgehen und dann feinstes Micromapping machen und Indoor-Erfassen, Abstände, Höhen, Tiefen, Gebäudefarben, Gebäudeformen und alles Mögliche. Wer in OpenStreetMap am Anfang eher so ein Hobbysport war, hat es sich heute in viele verschiedenste Richtungen entwickelt. Es gibt immer noch die Hobbyisten, die sehr viel machen, vor allem in lokalen Bereichen oder bei Spezialinteressen extrem viel Zeit investieren. Aber es ist auch viel im akademischen Bereich passiert. Es gibt viel Forschung mit OpenStreetMap-Daten und auch im kommerziellen Bereich, wo eben viel OpenStreetMap-Daten verwendet werden, weil sie an vielen Stellen der Erde einfach die beste Karte darstellen. Und so ist es auch, dass es inzwischen auch bezahlte Mapper von Firmen gibt. Microsoft und Apple haben beide inzwischen massiv in OpenStreetMap-Infrastruktur investiert und kartografieren ganz eifrig und nutzen auch die Daten an einigen Stellen auf der Welt. Ein Thema, nachdem wir häufig gefragt werden, ist Vandalismus. Denn es kann ja jeder die Karte bearbeiten, aber in der Realität scheint es kein großes Problem zu sein. Dadurch, dass OpenStreetMap inzwischen weltweit genutzt wird und mit hoher Intensität, bleiben solche Fehler eben auch nicht lange. Das heißt, es gibt einen systemimmanenten Selbstheilungseffekt. Wenn irgendjemand etwas absichtlich beschädigt, wird es auch relativ schnell wieder repariert und es sind viele Augen drauf. Es gibt eine Vielzeit von Quality Assurance Tools, die es eben ermöglichen, auch komische Änderungen nachzuvollziehen, schnell zu sehen und eventuell dann wieder zurückzuführen oder zu reparieren. Es gibt eine aktive Community. Es gibt auch die Data Working Group der OpenStreetMap Foundation, die dann auch bei größeren Problemen das Auge drauf behält und bei eventuellen Konflikten auch eingreifen kann. OpenStreetMap hat immer einen sehr starken Lokalbezug, denn am Ende entscheiden die Menschen vor Ort, wie sie eben Dinge mappen und was sie eben mappen. Und da gilt auch immer die Regel, andere Länder, andere Sitten. Jeder hat so ein bisschen andere Möglichkeiten zu gestalten und jeder andere hat etwas andere Bedürfnisse, um zu gestalten. Und deshalb ist es jetzt eigentlich relativ ungern gesehen, dass man irgendwo fremd rummappt, wo man sich gar nicht auskennt, sondern man soll eben mit lokalem Wissen voranschreiten und dort eben Dinge verbessern, wenn man sich eben auch sehr wohl fühlt. Es ist aber natürlich nicht so, dass es nur OpenStreetMap geografische Daten gibt. Es gibt sehr viele Datenschätze überall in Behörden und Unternehmen und immer häufiger werden uns diese zur Verfügung gestellt und diese nehmen wir natürlich gerne, um zum Beispiel Qualitätssicherung fortnehmen zu können. Also wir können eben einen Abgleich stattfinden lassen, ob bestimmte Hausnummern schon vorhanden sind oder ob Straßen alle kartografiert sind. Was eher nicht gemacht wird, ist eben ein vollständiger Import, also eine Übernahme dieser Daten, weil wir auch wissen, auch in diesen Daten sind häufig Fehler. Und wenn man eben Mapper selbst machen lässt und Mapper das nach und nach eben übertragen und eventuell andere Quellen quer referenzieren, dann wird die Datenqualität auch deutlich besser. Und deshalb, wenn man solche Daten hat, gerne zur Verfügung stellen, aber nicht unbedingt importieren. Dadurch kann dann auch ein ganz fantastischer Feedback-Loop entstehen, weil häufig dann die OpenStreetMapper irgendwelche Fehler finden und das kann man dann eben zurückkommunizieren und zum Beispiel kommunale Vertreter können dann ihre eigenen Daten berichtigen oder feststellen, dass es in der Realität Hausnummern gibt, die nirgendwo angemeldet wurden. Man kann auch selbst ganz leicht mitmachen. Die allereinfachste Möglichkeit ist, einfach eine anonyme Notiz zu hinterlassen. Man kann einfach auf OpenStreetMapper.org gehen und wenn man einen Fehler gesehen hat oder zum Beispiel sieht, dass etwas fehlt, kann man dann eben einen Punkt setzen und sagen, hier fehlt XY. Und andere Mapper werden das dann sehen und hoffentlich irgendwann beheben. Man kann sich aber auch anmelden und dann auf OpenStreetMapper.org den Editor nutzen. Dann kann man auch Daten selbst verändern und eventuelle Fehler von anderen finden und dann eigenständig korrigieren. Wenn man dabei noch etwas Hilfe braucht, kann man entweder einen der lokalen Stammtische nutzen, die gibt es in ganz Deutschland, oder zum Beispiel eine der lokalen Mailinglisten. Auch dort gibt es häufig lokale Mapper, die einem auf Fragen antworten können. Dadurch, dass eben die Daten frei zur Verfügung stehen, sind auch ganz viele neue Apps entstanden, die auch ganz häufig Offline-Funktionalität haben. Sowas wie Osman oder Maps.me ermöglichen es einem, dass man komplette Kartenausschnitte runterlädt und zum Beispiel, wenn man im Urlaub ist und kein Datenvolumen hat, trotzdem Karten nutzen kann, um zum Beispiel zu wandern oder irgendwo hinzufahren. Ganz viel von der Arbeit bei OpenStreetMapper findet ehrenamtlich statt. Die Administration wird immer noch von Freiwilligen getragen und deshalb hilft es uns eben sehr viel, wenn man uns spendet. Denn dadurch können wir Server kaufen, können Dinge bezahlen, die vielleicht keiner machen möchte und das Projekt unterstützen. Auch zum Beispiel Clients-Projekte mit Microgrants können dann unterstützt werden und Software weiter und verbessert werden. Und man kann auch lokalen Mapping-Projekten damit sicherlich viel helfen. Man kann das entweder machen, direkt an die OpenStreetMap Foundation oder an den Foskis e.V. mit dem Zweck OpenStreetMap. Aktuelle Veranstaltungen findet man immer auf osmkal.org, dem offiziellen OpenStreetMap-Kalender. Dort ist für alle was dabei und dort sind Veranstaltungen rund um den Planeten zu allen Tages- und Nachtzeiten verfügbar. Schauen Sie doch nach, ob irgendwas für Sie dabei ist. Melden Sie sich an und viel Spaß dabei. Okay, also herzlichen Dank, Michael. Beziehungsweise herzlichen Dank an Thomas Rövron. Und genau, Michael ist jetzt bei uns mit an Bord und wird Fragen beantworten. Wir haben einige Fragen bekommen. Ich werde die mal vorlesen und dann gehen wir in die Diskussion. Die Frage, eine Frage ist, können kommerzielle Firmen zum Beispiel über die OSM Foundation Einfluss auf OSM nehmen? Ja, das können Sie. Ich persönlich sehe das kritisch, als Freiwilliger dabei OpenStreetMap aktiv ist. Sie können nämlich mit den Geldmitteln, die Sie an die OSMF-Spenden beeinflussen, wen zum Beispiel die OSMF mit bestimmten Entwicklungsaufgaben beauftragt. Es ist recht neu bei der OSM Foundation, dass sie auch Geld für Softwareentwicklung ausgibt, aber das gibt es mittlerweile. Zum Beispiel die Stelle des ID-Maintainers wird aus Spenden von großen amerikanischen Firmen bezahlt. Und je nachdem, wer diesen Posten begleitet, hat derjenige auch relativ viel Einfluss auf das Tagging in OSM, weil der ID-Editor eben von den ganzen Neulingen verwendet wird. Okay. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass da viele Interessen und Agenten bestehen und dass da immer so ein Stressfeld ist. Ja, das gibt es. Also gerade Facebook hat anscheinend großes Interesse daran, Importe von automatisch erzeugten Daten zu vereinfachen. Und es gibt da Gegenwind aus der Community, zumindest aus manchen Ländern, die das ganz und gar nicht mögen. Ja, gut. Schauen wir mal weiter bei den Fragen. Da kam eine Frage, warum verwendet OSM nicht Open Data für die Datenverdichtung? Die Gebäude sind oftmals nicht vorhanden. Damit scheidet die Verwendung von QSM in kommunalen Einrichtungen aus. Das hat auch Auswirkungen auf Nominatum bei der Adresssuche. Also OpenStreamer verwendet schon Open Data, aber wir dürfen es nicht überall verwenden. In einigen Bundesländern sind Geobasisdaten als Open Data verfügbar, aber unter der Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0. Und diese Lizenz ist für OSM inkompatibel. Sie verlangt nämlich eine Namensnennung, die wir nicht gewährleisten können. Wir müssen unsere Nutzer von den OSM-Daten dazu zwingen, bei jeder Nutzung von OSM sämtliche Quellen, die wir verwendet haben, anzugeben. Da würde die Karte zur Hälfte nur aus Quellenangaben bestehen. Oder bei einer einfachen Geocoding-Anfrage kommt ein Ergebnis und 40 Zeilen Quellenangabe, was einfach nicht praktikabel ist. Und da sind auch die entsprechenden Bundesländer halt bisher nicht so breit genug gewesen, uns da entgegenzukommen und etwas pragmatischer mit der Sache umzugehen. Natürlich gibt es immer noch Bundesländer, da gibt es gar kein Open Data. Und selbst wenn es Open Data gibt, stellt sich auch die Frage nach der Datenqualität. Die Daten bei den Vermessungsverwaltungen sind auch von Menschen erhoben worden. Die machen auch Fehler. Die haben andere systematische Fehler. Und OpenStreetMap hat halt auch nur eine begrenzte Kapazität an Freiwilligen, die diese Daten überhaupt übernehmen könnten. Und für einen automatischen Import ist es eigentlich 10 bis 15 Jahre zu spät, weil wir eben auch schon vieles selbst erfasst haben. Okay, vielen Dank, Michael. Ich habe noch weitere Fragen im Frage-Chat. Ist es möglich, nach bestimmten vergangenen Zeitabschnitten abzufragen? Stichwörtlich historische Geodaten. Wie weit gingen diese zurück? Beziehungsweise wie könnte man diese von der eventuell unvollständigen Darstellung unterscheiden? Also OpenStreetMap hat keine Zeitkomponente. Es gibt eine Versionsgeschichte für alle Objekte. Aber wir erfassen jetzt nicht, hier war eine Straße bis 1995. Sondern was man halt machen kann, ist, dass man in alten OpenStreetMap-Daten sucht. Da muss man aber sich sicher sein, dass sie damals schon vollständig waren. Das ist je nach Region, kommt man da bis ins Jahr 2011 etwa zurück, wo man brauchbare Ergebnisse erzielen kann. Also richtig gut gemappte Gebiete, wie zum Beispiel ein paar deutsche Großstädte, zum Beispiel Karlsruhe. Da kann man auch im Jahr 2011 in den OpenStreetMap-Daten Ergebnisse erzielen. Aber wenn man ins flache Land rausgeht, wird man da sehr seltsame Ergebnisse oder falsche Ergebnisse bekommen. Zu beachten ist außerdem, dass 2012 ein Lizenzwechsel stattgefunden hat und deshalb auch Datenbestände von früher unter einer anderen Lizenz stehen, die nicht kompatibel ist und deshalb auch nicht ganz so einfach abfragbar sind. Der Rechercheansatz wäre hier die Overpass-API oder der historische Planet-Dump. Okay, vielen Dank. Und ich sehe gerade im normalen Chat-Verlauf sind nochmal Hinweise auf weitere Vorträge, die jetzt morgen auf der Foskes stattfinden. Jetzt noch eine Frage, auch die gestellt wurde. Ist OSM politisch unabhängig? Ja. OpenStreetMap ist politisch unabhängig, solange es nicht unsere Existenz gefährdet. Schönes Beispiel. Die Upload-Filter-Debatte vor drei Jahren, die hat OSM schon ein bisschen betroffen und da haben wir auch Positionen bezogen, aber zu anderen Dingen halten wir uns heraus, soweit es geht. Ja, klares, klares Statement. Vielen Dank, Michael. Ich gucke gerade, es sind keine neue Fragen mehr reingekommen. Also ich hätte noch eine Frage und zwar, wie sieht es denn mit 3D-Datenerhebung bei OpenStreetMap aus? Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen? Also OpenStreetMap ist 2D. Die Koordinaten haben einfach nur eine geografische Länge und geografische Breite. 3D-Informationen beschränken sich daher eigentlich auf Angaben wie zum Beispiel die Gebäudehöhe, Draufhöhe, Fürsthöhe, Dachform, Fassaden, Farbe, Fassadenmaterialien. Im ganz exotischen Bereich auch mal Indoor-Mapping, das dann mehrere Geschosse eben umfasst. Aber es gibt eben bei uns keine Geländemodulierung, und eigentlich abgesehen von Flächenhöhen von Berggipfeln auch keine Höheninformationen. Okay, vielen Dank. Ich gucke gerade noch mal in den Frageblock. Es sind keine Fragen mehr. Vielleicht noch mal ein bisschen was zum Thema, wie kann ich mich bei der OSM-Community engagieren? Was sind denn die Hacking-Events, wenn ich da hinkomme? Und ich bin ganz neu. Was erwartet mich da? Sind es Leute, die einfach nur vor sich hin hacken? Oder wie kann ich mich da einbringen? Also die Hacking-Events sind jetzt nicht unbedingt der passende Ort, um als Neul in Kontakt mit der OSM-Community aufzunehmen. Die richten sich an Entwickler, die eigentlich schon ihre OSM-bezogenen Projekte mitbringen und daran weiterarbeiten und sich einfach nebenbei noch mit anderen Entwicklern austauschen möchten, über was sie halt bewegt mit Bezug auf OSM. Zum Mitmachen und Einstieg in OSM empfehle ich einfach Mapped. Mapped in eurer Umgebung, Mapped dort, wo ihr euch auskennt. Es gibt bestimmt irgendwelche falschen Informationen in OpenStreetMap, irgendwelche Fehler und Unvollständigkeiten. Und danach wächst ihr nach und nach in OpenStreetMap hinein. Ansonsten gibt es halt das Forum und so weiter und die diversen Kommunikationskanäle, Mailing-Geste, Matrix-Chat. Okay, acht hier kommen aus dem Gegus, schreibt auf dem Chat, es gibt auch einen OSM-Stammtisch und meint, also man könne auch zu den Stammtischen kommen. Ja, stimmt, die sind zurzeit auch noch virtuell. Ja, okay. Okay, gibt es eine Übersicht irgendwo, wo es welchen Stammtisch gibt? Ja, auf openstreetmap.de auf der Karte, da gibt es einen eigenen Layer mit Stammtischen. Sehr gut. Und im OpenStreetMap-Wiki gibt es einen Kalender mit Terminen. Perfekt, alles da. Ich sehe schon, also kann niemand sagen, ich wusste nicht, wo ich mich engagieren kann. Also zum Mitmachen bei OpenStreetMap und bei der Foskis ganz allgemein, gibt es genug Möglichkeiten. Michael, herzlichen Dank an dich und nochmal an die Vorredner und Vorrednerin Jakob Miksch und Astrid Emde. Wir haben noch ein paar Minuten, sehe aber keine Fragen mehr. Deswegen wrap ich jetzt diese Session ab. Herzlichen Dank an alle unsere Redner und Rednerinnen. Ich hoffe, die Zuhörerinnen haben einen sehr guten Eindruck bekommen oder einen Einstieg bekommen, um was geht es denn bei der Foskis? Was ist OSM? Was sind die OGC-Standards? Wie kann ich mich engagieren? Wie kann ich mitmachen? Und wünsche allen einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche.